Glück auf Schalker und herzlich willkommen hier auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Nachdem unsere neuen Cent des FC Schalke 04, sprichst zuerst den Nachwuchs des FC Utrecht mit 4 zu 0 und dann die Talente von den Nürnberg-Limit 5 zu 1 im Testspiel vom Feld fegte, setzte es am Donnerstag eine 3 zu 4 Pleite gegen die Junioren vom PC Zwolle und Coach Norbert Elgert fällt anschließend ein knallhartes Urteil für unsere Jungs aus der Knappenschmiede. Heute ist unser defensives Verhalten, was individuell und gemeinsam mangelhaft ist, entlarvt worden, sieht die WAZ, den Talente-Guru des FC Schalke 04. Seine Mannschaft verteidige noch nicht so, wie wir das eigentlich von unseren 19 Mannschaften aus den vergangenen beiden Jahrzehnten gewohnt sind, so Elgert weiter. Ganz besonders stößt Elgert auf, dass sie Knappen eine Führung gleich zweimal leichtfertig aus der Hand geben. Wir führen 2 zu 0, wir führen 3 zu 2. So ein Spiel darf es natürlich nicht abgeben, wettert der 64-Jährige. Elgert war sogar so in Rage, dass er offenbar auch den beiden vorherigen Erfolgen wenig Bedeutung beimaß. Jetzt wissen wir deutlich weniger als vorher, weil sich kaum jemand empfohlen hat, laut die Generalkritik Elgerts. Die klaren Siege seien ohnehin nur das Resultat einer schlechten Chancenwelt unseres Gegners gewesen, wiegelt Elgert ab. Unser Defensivverhalten ist auch nicht das in der Spitzenmannschaft, die wir auch noch nicht sind, die wir aber versuchen zu werden. Es war eher eine schwache Leistung. Ein Spieler nahm unser Top-Jugendcoach allerdings ausdrücklich seiner Kritik heraus, Angreifer Ehren Oetzert, der das 3.2 nach einem tollen Sohle erzielte. Oetzert sei nämlich der Kleinste, habe aber auch das größte Herz. Am 20. November kehrt dann unsere U19 wieder in den Pflichtspielbetrieb zurück. Im Finale des NRW-Liga-Pokals warten dann die A-Junioren von Borussia Dortmund auf unsere Königsblauen. Und in der A-Junioren-Bundesliga-Westrang gegen die Schalke hat derzeit auf Rang 2 mit 14 Punkten bereits, ja, relativ deutlich in den BVB mit 19 Punkten. Und in sieben Partien kassierte man dort neun Gegentore. Für Elgert ganz offensichtlich keine zufriedenstellende Ausbeute. Also, wir alle kennen natürlich Norbert Elgert mit häufig auch wirklich klaren Aussagen und die haben wir auch hier wieder. Also, anscheinend war der auf jeden Fall richtig sauer. Aber, und ich glaube, anders geht es auch nicht, so muss das womöglich in der Jugendabteilung auch mal sein, wenn es wirklich nicht gut läuft in so einem Spiel. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!